Ich sag nix. Nein, nein, ich sag nix. Diesmal nicht. Diesmal sag ich nichts. Machen wir nahtlos weiter. Machen wir nahtlos weiter. Guten Tag. Guten Tag. Herr Kaiser im Buddelsimulator. Also du sagst Richtung Norden müsste was kommen. Also im Schneebium, also das kann überall sein, aber im Schneebium ist wohl die Wahrscheinlichkeit am häufigsten. Soll ich nicht mal Strip-Mining irgendwie... Du willst strippen? Ich strippe jetzt hier. Guck mal auf die Map, kannst du jetzt zum Beispiel auch nach Osten buddeln. Also hier am besten so weit rein wie es geht hier hinten. So und dann nach Osten. Da könnten wir was finden, ansonsten an der Oberfläche. Aber wir brauchen halt schon so ein paar tausend, das wär gut. Bei dem was wir rumballern. So ein Potassium, ne? Ja. Tja. Mir wär gut. Das ist halt die Frage, ob wir nicht mehr so Strichbogen von oben nach unten machen. Im Schnee zum Beispiel. Das kann man auch machen. Das ist eigentlich sogar eine ganz coole Idee. Weil dann hast du einen besseren Schnitt, als bist du so in der Länge. Ja. Ja, da kann jeder sich einen Spot suchen, runter gehen. Achso, du musst, ähm... Warte. Jetzt. So, ob das reicht. Müsste aber... Ja. Zack, zack. Na komm. So, für die Autoreifenprofile an den Sohlen. Na, echt? Mhm. So, und dann hier. Ob das klappt? Ist da vorne dranhängen. Ja. Na, wunderbar. Ja, fliegt sich jeder ein, zwei Bäumchen und dann... Ja. Wie ist mein Leben so? Low. Hast du gemacht? Ja, war glaube ich noch von den Blood Rockets. Ist das eine Horde? Nee. So, warte mal. Lass du dir mal einen Stück reingehen, oder? Ich zeig dir mal was, ja. Und zwar auf der Map gleich. Das ist ziemlich interessant. Ich führe dich jetzt direkt zu einem Vorkommen. Ich weiß noch nicht, welches es ist, aber... Ja gut, hier kannst du auch hier die Gravel neben mir am Boden liegen. Man sieht doch hier die Flecken. Im Schneebiom. Gerade, wo ich stehe. Guck mal her. Guck mal her. Hier ist doch... Hier? Oh ja. Habe ich da was? Ich habe da jemanden mitgebracht. Moment. Leg dich hin, Schatz. Stiere. Die sind überall Gravel, wo ich hier stehe. Aber ob dann... Naja, es ist ja kein... Das probiere ich gerade aus. Ich meine, wenn hier Erde ist, ist doch super. Zwiegendweise... Den Baum holen. Oder ist Erde scheiße. Gravel müsste sein, wa? Mhm, Gravel wäre gut. Aber du müsstest eigentlich jetzt Schnee ab... Tragen, oder? Nee. Also auf der Tiefe, wo ich jetzt bin, nicht mehr. Okay. Ah, jetzt bin ich auf Bedrock. Hast du genug für Leitern, ja, ne? Ich habe... 400, 500 Holz habe ich dabei. Das ist aber einiges in Zombies hier. Hier kommt nichts. Okay. Na, hier ist auch Gravel, aber... Wir machen es so, wie wir es vorhin gesagt haben. Einfach mal runterbuddeln. Und mal gucken. Level up. Du hast mir doch irgendwas zeigen wollen jetzt. Achso, ja. Hier ist so ein oberedisches Vorkommen. Kohle, so wie es aussieht. Wenn du jetzt mal auf der Map schaust und ein bisschen zurückgehst, das sieht aus wie so ein G. Du musst noch ein bisschen zurückgehen, damit du deinen Pfeil nicht siehst, aber du kannst das Ding auf der Map erkennen. Sieht aus wie so ein kleines, schwattes G. Siehst du das? Das hat so eine spezifische Form. Du musst ziemlich nach ran und weiter rechts von uns ist noch so ein Teil. Ja, ich sehe das, ja. Und da kann man da Glück haben. Nö, nicht da runterbuddeln. Das ist halt für oberirdische. Das ist jetzt zum Beispiel leider wieder eine Kohle hier. Die machen wir eben hier ein bisschen frei. Geld. Da ist ein Dicker und seine Uschi. Ne, tut weh, ne? Dann wird es kalt gerade hier. Aber du meinst nicht, dass da drunter noch was ist, oder wie? Weiß ich nicht. Aber ist ja eh Schnee, von daher können wir runtergehen. Einfach mal gucken. Ja, jetzt ein Grad gerade. Ach, Mutti. So, ich gehe jetzt hier runter. Bring an, was die Tante da oben macht. Airdrop! Taschenvoll wie sonst was. Oh, hier ist direkt Dings, komischerweise. Hier ist, hier ist, Warte. Hä? Hier, hast du gehört? Ja. Was hast du gekriegt? Led, super. Und hier ist noch ganz viel Gravel. Ja, sehr gut. Und Eisen. Wo bist du? Da unten, ja. Warte, ich setze Leitern, Moment. Ich setze Leitern. Ja, ich gehe auch einmal hier runter, gucken mal, ob ich irgendwas finde. Stich, ah, Probebohrung, richtig. Supergeil. Mann, Mann. Jetzt. Weenie Potassium. Dum, 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 dum. So. Hier kannst du runter jetzt von mir, wenn du willst. Ja, ich buddel mich eben runter und setze Leiter. Ich habe doch einen Leiter gesetzt. Du kannst doch zu mir hin. Scheiße, meine Schaufel ist kaputt. Nee, ich bin auch schon in einem Loch drin. Deswegen. Meine Schaufel ist am Arsch. Oh, nö. Ach, kaggi. Hast du was zum reparieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Stahl bräuchte ich da. Ah, okay. Habe ich hier eine Tasche. Ich komme zu dir. Na, komm. Nein, ich habe die Schaufel. Stopp. Du musst die Schaufel aufhören zu scrappen. Besser ist das. Ich komme raus. Oh, guten Tag. Hallo, setz den Block. Achso. Leitern alle. Soll ich dir Holz bringen? Nee, nee, nee. Nee, nee, ich habe. Danke. Ja, das geht doch gut. Potassium. Der airdrop ist wahrscheinlich mitten im Wasser. Ansonsten müssen wir Ressourcesteine kloppen. Erstmal räumen, erstmal räumen wir uns hier schön auf. Yeah. Hä, wieso kriege ich das denn nicht rein? So, mal die minus fünf Grad mal weg machen. Dann schmeißen wir hin, das Baby. Äh, hier. So. Ach. Repair. Und, bitteschön. Geh mal da runter. Komm mal in meine Höhle, mein Kleiner. Fuchsbau. Oh ja. Let. Genial. Ja. Ja, das ist gut. Schaufeln wir mal ein bisschen. Ah, noch mehr Let. Geil. Machen wir mal ein bisschen Platz. Ja. Das war so, dass... Um das Schöne drum herum puddeln. Da ist Eisen. Komm, Protest hier. Wir haben alles gefunden, außer Potassium. Oder? Ist da was? Nee. Ta-ta-ta. Oder? Hier? Nee. Jetzt hat er so eine ganz spezielle Struktur. Oder Textur eher. Und der Stein sieht manchmal so aus. Das sieht auch nicht da noch aus, ne? Ups. I break together. Mann. Komm. Spiel. Bitte. Wäre super, ja. So langsam. Das wäre echt nötig. Da? Nee, das ist auch Let. Let ist auch super. Oh ja. Machen wir uns mal ein Campfire. Vor wir hier frieren. Hypothermia Stage 1 war eine tolle Idee. Wieso hat eigentlich keiner unter irgendwelche Sachen gedacht? So, warte mal. Na gut. Das wird jetzt schwierig hier rauszukommen. Ähm. Da kommt ein bisschen was da rum. Das kriegen wir hin. So, Achtung. Minus 7 Grad. Aber, ja, es hilft. Minus 8. Okay, ich esse mal eben was. Ach, Mensch, das ist doch doof. Minus 8, das wird nicht besser. Nee. Zwei Campfire. Aber das, äh, ah doch, minus 7 jetzt. Ja, bei mir auch. Wellness plus 1, super. Da könnte... Habe ich jetzt so viel Gravel. Ja. Wenn wir einmal Potassium haben, können wir auch ein bisschen TNT machen und mal sprengen. Ich meine, wir haben ja ein bisschen, ne, aber... Ich glaube, das reicht nicht. So, bitte nicht einstürzen. Aber hier ist so viel Gravel, das kann doch nicht sein. Das muss doch irgendwo was kommen. Das ist echt viel, ja. Aber ist gut. Gravel ist ein gutes Zeichen. Och, wieso? Mann. Die Blöcke nicht triffst, weißt du? Na, ist wieder LED. LED, LED, LED. Was war das? Das ist auch LED, ne? Weiß nicht, ich schlag noch mit der Schaufel, aber wenn ich die Schaufel Potassium treffen würde, würde sie ja... Na, das ergänzt ja sofort, das ist ja so schön weiß. Minus 10 Uhr. Oh yeah. Vielleicht sollten wir nach der Folge kurz zurück uns schönere Klamotten holen. Ein bisschen was Warmes. Hier ist ja eine Stadt nebendran, das müsste ja auch gehen. Ne, LED, LED, LED. Da, ne. Oh, da sah es aber echt so aus. Verdammt. Ja, die Frage ist halt, die Stadt ist... Ne, aber ne, das müsste eigentlich als... Als Schneebiom zählen. Ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn du in der Stadt runtergehst. Ob er die Stadt dann irgendwie berechnet so bis unten und sagt, äh... Du gräbst in der Stadt und ob es biomabhängig ist, weißt du? Hm? 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 1200 Sektor, die. Was denn, LED? Nein, äh, das ist Eisen. Achso. Komische Zahl, ne? Was hat der jetzt Hunger? Hm. Die Muschi. Stell dir die so an. Oh. Ja, aber wer ballern will, muss suchen. So ist das Leid. Ja, aber das ist... Das ist anstrengend, ja. Wie der LED. Und Eisen. Ich schmeiß mal die Baum samen weg. Ja, und die Ausdauer ist halt ätzend. Warte mal, wie sieht's denn mit dem T-Rex aus? Ja, ein Punkt fehlt, das ist nicht wahr. Ja, LED, LED, LED. Aber die Probebohrung war schon mal gut. Das ist eine gute Idee. Ja. Mit dem einfach mal runterbuddeln und dann... Das können wir uns ja nachher auch aufteilen, weißt du? Einer buddelt, der andere baut irgendwas aus oder so. Minus 14 Grad. Und, nee, auch wieder... Ist für nicht besser. Gravel. Ja, ist die Frage, kriegen wir das hier überhaupt besser? Ja. Theoretisch ja. Minus 12. Ja, ich würde sagen, wir wärmen uns noch ein bisschen auf. Und sehen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche. Wir sehen uns, wir beide sehen uns nächste Woche wieder. Hören uns wieder. Und wir sehen uns schon morgen wieder, weil für euch ist ja morgen schon eine Folge und wir sind jetzt gerade in unserer Tage und frieren uns ein bisschen den Arsch ab. Ja. Und, ähm, ja. Drückt uns die Daumen, dass wir nett finden. Protessim finden. Genau. Hashtag für diese Woche Glück. Genau, Glück. Oder Glück auf, ne? Sondern die Bergleute. Ja, genau. Glück auf. Glück auf. Ist schön. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.